Sie sagen, Deutschlands bekanntester Kriminalbiologe, Sie verfolgen den Fall auch. Also es gibt einen Tatverdächtigen, aber bisher keine Leiche. Aber die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Was ist jetzt das Wichtigste bei der Spurensuche? Für mich als Spurenkundler, ich bin ja nicht Polizist oder Rechtsmediziner, ist das Wichtigste nach Spuren zu suchen, die eine Aussage in sich tragen. Beispielsweise, ich habe jetzt, wenn die Leiche gefunden wird, habe ich dort Haare oder Hautzellen oder Sperma oder Blut an der Leiche, die da einfach nicht hingehören können, wenn sie einfach bei einem Spaziergang tot umgefallen ist. Oder umgekehrt, an einer Stelle, wo normalerweise sich die verschwundene Person niemals aufhalten würde, zum Beispiel an einer Truhe, finde ich jetzt ihre Haare oder ihr Blut. Also wir versuchen anhand von solchen objektiven, messbaren Mosaiksteinchen erst mal ein Bild möglich zu machen, indem wir messen und Spuren anschauen. Im Auto des Verdächtigen, da wurden Haare des Opfers gefunden. Aber man muss ja erst mal nachweisen, wenn man die Haare findet, dass die auch tatsächlich vom Opfer sind. Wie erfolgt so eine Haaranalyse? Früher hat man häufig mikroskopiert. Also man hat geschaut, sehen die bei einer Durchleuchtung diese Haare ähnlich aus wie Haare, die ich zum Beispiel in der Haarbürste einer verschwundenen Person finde und dergleichen. Heute können wir entweder die Haare auflösen, wenn keine Haarwurzel dran ist und dann die Erbsubstanz für einen genetischen Fingerabdruck rausholen. Oder man nimmt das Ende des Haares, was manchmal so ein bisschen weiß aussieht, wenn man ein Haar auszupft. Da ist auch viel Erbsubstanz drin und gewinnt daraus den genetischen Fingerabdruck. Und den kann man dann vergleichen mit irgendeiner Spur, die noch übrig ist von der Person, zum Beispiel die Zahnbürste, mit der sich die Person immer die Zähne geputzt hat. Und dann weiß man ganz genau, ob die Spur wirklich von dieser Person stammt oder von jemand anderem. Wie lange dauern solche Analysen? Also das kann schnell gehen. Eigentlich, wenn man jetzt mit einem Gerät nur arbeitet und das ist frei, dann dauert das vielleicht eine Nacht oder zwei Tage. Aber in der Wirklichkeit dauert es natürlich länger. Wir haben noch andere Fälle auf Halde liegen, die auch sehr wichtig sind, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit sind. Man muss sich überlegen, ob man nicht mit mehreren Augen darauf schaut. Es ist auch vorgeschrieben, dass zum Beispiel der Vergleich des gewonnenen genetischen Fingerabdrucks mit der Datenbank, dass er von verschiedenen Personen gemacht werden soll. Und man lässt auch zwei Teams auf den genetischen Fingerabdruck gucken. Das sind schon drei Teams. Also es dauert einfach. Dann möchte man das Gutachten vernünftig schreiben. In Wirklichkeit dauert es dann schon mehrere Tage. Jetzt haben sich Zeugen gemeldet, die Rebecca am Tag des Verschwindens gesehen haben wollen. Aber die Polizei geht davon aus, dass Rebecca das Haus nie verlassen hat. Haben Sie sowas schon häufiger erlebt? Ja, dass Zeugen und Zeuginnen sehen, dass jemand irgendwo langläuft, kann sogar so weit gehen, dass man eine räumliche und zeitlich passende Wegstrecke hat, die aber nie stattgefunden hat. Also mein Lieblingsfall ist einer, also der traurige Lieblingsfall, wo eine Person komplett in einem Raum eingeschlossen war, nie verlassen konnte. Und trotzdem haben die Zeugen und Zeuginnen, weil sie eben sozusagen helfen und unterstützen wollten, gesagt, da und da haben wir sie gesehen. Und wenn man das auf einer Karte dann eingemalt hat, passte das auch ungefähr. Deswegen auf Zeugen und Zeuginnen auch sagen, kann man nicht so viel geben wie auf Spuren. Muss man aber leider manchmal. Das ist dann eben Kriminalistik, also die polizeiliche Kriminalistik. Da muss man das irgendwie zusammenbringen. Was macht die Polizei denn so sicher, dass der Verdächtige es wirklich war? Weil noch ist die Beweislage ja relativ dünn. Ja, hier in diesem Fall weiß ich es natürlich nicht. Ich habe mit den Ermittlungen nichts zu tun. Aber ich denke mal, es sind die Spuren, die im Kofferraum gefunden wurden. Also immer wenn man eine messbare Spur findet, hat die ein sehr, sehr, sehr starkes Gewicht. Das kann man sich ungefähr vorstellen wie das Fundament, die Säulen, die in der Erde drin stecken, wo man das Haus drauf baut. Also man kann das schönste Haus haben, aber ohne Säulen bricht es irgendwann zusammen oder versinkt im Schlamm. Während hier, wenn man sagt, okay, da sind jetzt, sagen wir mal Haare, Fasern, die da nicht hingehören in diesem Kofferraum und derjenige kann das nicht erklären, dann ist das möglicherweise eben eine Spur, die eine starke Überzeugung kriminalistisch nach sich zieht. Das heißt aber noch lange nicht, dass man nicht ganz viele andere Möglichkeiten auch in Betracht zieht. Also das sollte man jetzt nicht verwechseln und in so eine Art Jagdfieber verfallen. Vielen Dank für die Einschätzung.